Okay, hier ist nochmal die Geldfrau FinCamp, der zweite Teil zwischen 15 und 18 Uhr. Ich bin gerade etwas verspätet raus, ich sitze jetzt hier im Restaurant des NHO Hotels. Okay, und ich wollte euch erzählen, was denn im zweiten Teil des FinCamps alles erzählt wurde, wer erzählt hat und was es so an wichtigen Punkten und interessanten Einblicken gegeben hat. Also, FinCamp, eine exklusive Finanzvisierveranstaltung, ging nach der Pause, Kaffeepause, weiter mit Dividendenstrategien. Auf dem Podium saßen Alex Fischer von Dividendenalarm, Christian Röhr von Dividendenadel und Luis Passos vom Blog Nur Bares ist Bares. Und die drei sind alles aktive Investoren, das heißt, sie investieren in einzelne Aktien von Unternehmen. Und sie investieren alle so in diese Unternehmen, dass sie vor allen Dingen an der Dividende interessiert sind. Sie sind also weniger an der Kursentwicklung interessiert, sondern an der Dividende, also das Geld, was die Unternehmen im Jahr, in Deutschland ist es im Jahr, einmal im Jahr ausschütten. In den USA wird teilweise monatlich ausgeschüttet, aber in Deutschland wird einmal im Jahr in der Regel ausgeschüttet. Dividende, ganz kurz, ist als Einkommen eine historische Konstante. Also Unternehmen zahlen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, teilweise seit Jahrhunderten, an die Anteilseigner Dividenden aus. Wenn ein Unternehmen Dividende zahlt, dann hat es ein stabiles Geschäftsmodell, auch das ist wichtig. Und was Christian Röhr sagte, für ihn sind Dividenden auch so eine eigene finanzielle Souveränität, wo er dann entscheiden kann, nimmt er das Geld zum Konsumieren oder investiert er es wieder, zum Beispiel in Aktien oder in irgendeine andere Geldanlage oder auch in sich, um seine Bildung zu erhöhen. Christian hat mehr als 100 Unternehmen in seinem Portfolio an Einzelaktien. Und Christian und die anderen drei, zwei wurden gefragt, ja wie sucht ihr denn jetzt Aktien raus, um tatsächlich so eine Dividendenstrategie zu fahren? Und Christian hat so drei Grundtypen des Dividendeninvestors aufgelistet. Und zwar ist das erstens der klassische Income-Investor, hört ihr mich gut, ich hoffe, der klassische Income-Investor, der eigentlich an einer hohen Ausschüttung interessiert ist, also an hohen Dividenden interessiert ist, der sich mit dem Kurs der Aktie nicht so beschäftigt. Der zweite Grund kann sein, warum man in Dividenden investiert, weil man an einem Dividendenwachstum interessiert ist, also nicht insgesamt die absolute Höhe interessiert da, sondern dass sich die Dividende im Jahr für Jahr immer zulegt, nach und nach. Und es gibt noch eine dritte Strategie, das ist eine Aristokraten-Strategie, kommt vor allen Dingen aus den USA. Dort ist es so, dass das Aktien sind, die seit 25 Jahren, das ist so ein Punkt, die seit 25 Jahren Jahr für Jahr ihre Dividende steigern. Das heißt, diese Unternehmen sind wirklich ganz nah am Markt dran, die haben hohe Umsätze, die generieren hohe Gewinne. Ich mache mal ein bisschen heller, irgendwie war ich gerade ein bisschen dunkel. Also das sind so drei verschiedene Möglichkeiten, um in Aktien als Dividenden-Investor zu investieren, finde ich ganz interessant. Also einmal nur Dividende haben wollen, einmal, dass die Dividende nach und nach tatsächlich wächst und die dritten sind, da muss man wirklich schon einen längeren Trek-Rekord haben, über mindestens 25 Jahre, dass die Jahr für Jahr steigen, dann investiert man darauf. Das ist Christians Strategie. Bei Alex ist es anders. Alex achtet darauf, dass die Historie des Unternehmens stimmt, dass es das Unternehmen schon lange gibt, viele, viele Jahrzehnte, dass es immer am Markt war und auch Krisen ausgesessen hat und gut mit Krisen umgehen konnte. Auch er achtet auf die Größe des Unternehmens, also zum Beispiel die Großen am Markt, wie BASF oder eine Siemens. Sein kleinstes Unternehmen, was er als Einzelaktie hält, ist die Aktie von Sixt. Er hat aber gesagt, er hat ja schon 300% Rendite, seitdem er die Aktie hält. Also das sind so seine Sachen, worauf er guckt, also Historie und Größe. Und der Louis investiert in ganz spezielle Aktien von Unternehmen. Er investiert hauptsächlich in den USA. In Hochdividendenwerte, die gibt es in Deutschland in der Art und Weise nicht. Er sagt, in den USA hat der Umgang mit Aktien einen ganz anderen Hintergrund, weil in den USA muss die Bevölkerung doch viel mehr sich selber ein Einkommen für die Rente aufbauen. Wir in Deutschland haben das nicht, weil wir kriegen ja eine gesetzliche Rentenversicherung, wenn wir angestellt sind. Dort haben Aktien einen ganz anderen Stellenwert in den USA. Und dort gibt es auch viel mehr andere Möglichkeiten, auch in Aktien zu investieren. Und Louis investiert sehr viel in REITs. Das sind Immobilienbeteiligungsgesellschaften. Zum Beispiel in den USA investiert er da, in Kanada oder in Australien. Und er kann dort relativ hohe Dividenden generieren. Manchmal 10%, manchmal 20%. Das ist aber ein Gebiet, was wirklich sehr speziell ist. Alle drei fühlen sich immer wie Mitunternehmer. Und das ist auch ein großer Reiz, der es für sie ausmacht, überhaupt auch in Aktien mitzuinvestieren. Sie sind natürlich an der Dividende vor allen Dingen interessiert, aber sie fühlen sich wie Unternehmer. Und sie sagen auch, was absolut richtig ist. Also solange Unternehmen Produkte verkaufen und Dividenden zahlen, so lange bricht die Welt auch nicht zusammen. Man kann das auch umgedreht sehen. Also es ist ein positiver Blick auf die Wirtschaft und auch auf Unternehmen. Bei den Branchen sagt man nur, naja gut, also wenn ich jetzt mir eine Dividendenstrategie zulege, in welche Branchen investiere ich denn dann? Da sind sich alle drei ziemlich einig, dass es keine Branche gibt, die besser oder schlechtere Leistungen hat als eine andere. Also ob es Konsum ist, ob es Autokonzerne sind oder Pharma oder Energie. In allen Branchen gibt es mal Auffasen, es gibt Abphasen, mal werden Gesetze verändert. Das ist also, man kann keine Branche benennen, die vorne dran ist und immer gute Dividenden abwirft. Also dann besser ein Branchenmix in alles Mögliche, investieren von den Branchen her und dann ist man eigentlich gut aufgestellt. Wie viel Zeit investieren Sie rein, um überhaupt in Dividendenaktien zu investieren? Das kommt darauf an. Vor allen Dingen investiert man Zeit, wenn man sich mit dem Unternehmen beschäftigt. Alex sagt auch, er liest Zeitung natürlich, er beschäftigt sich mit den Nachrichten, damit er weiß, was mit seinem Unternehmen oder mit seinem Unternehmen los ist, damit er auch reagieren kann. Und sie gucken sich alle an, warum investiere ich denn in dieses Unternehmen und sind sich dessen auch immer sehr bewusst, warum sie in das Unternehmen investieren. Und wenn diese Investment Story, also der Grund, warum sie eigentlich in das Unternehmen nicht mehr funktioniert für sie oder das Unternehmen nicht mehr funktioniert, dann stoßen sie die Aktien auch wieder ab. No-Gos, komplett, wenn Unternehmen aus der Substanz Dividenden ausschütten, also quasi Schulden aufnehmen, um die Anteilseigner an einem Gewinn zu beteiligen oder einen Gewinn auszuschütten, den es aber nicht gibt, weil die Unternehmen dann in der Regel auch Verluste gemacht haben. Das lehnen alle drei ab, weil natürlich dann, wenn ein Unternehmen Schulden aufnimmt, irgendwann muss das Unternehmen das zurückzahlen. Und wenn ein Unternehmen keine Gewinne macht, ja, dann stimmt auch im Unternehmen was nicht oder in der Branche was nicht oder im Produktzyklus nicht. Also das ist immer schwierig. Fazit der drei, es gibt keine einzige Strategie, die für alle gültig ist. Jeder kann und sollte sich seine eigene Strategie überlegen, um in Aktien zu investieren. Also sich die Frage stellen, warum investiere ich, was will ich mit meinem Aktieninvestment tatsächlich erreichen. Will ich auf Kurse setzen zum Beispiel oder will ich auf Dividenden tatsächlich setzen, um ein monatliches oder regelmäßiges Zusatzeinkommen zu haben. Also diese eine Strategie gibt es nicht. Das ist eine persönliche Sache. Wichtig ist aber, hat vorhin Christian Röhr angesprochen, den Mut zu finden, tatsächlich in Aktien zu investieren, wenn man das für ein sinnvolles Investment hält. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen darüber. Einfach mal anfangen mit einer Aktie raus aus dem Tagesgeld, einen Teil dann dort investieren und gucken, wie sich das anfühlt, ob man damit gut zurechtkommt und sich dann freuen über die Dividenden, die dann einmal im Jahr auf das Konto kommen. Also sehr spannender Vortrag, drei launige Gesprächspartner auf dem Podium. Was habe ich mir noch aufgenotiert? Hier habe ich mir nichts weiter notiert. Okay, dann ging es weiter zum Kryptogeld. Da hat Dr. Roland Kandelhardt uns mitgenommen in die Blockchain-Technologie und ins Kryptogeld. Und das war ein Einzelvortrag, das war kein Podium, wo sich eben drei, es sitzen immer drei auf dem Podium, wo sich drei Leute unterhalten haben mit einem Moderator und sich die Bälle zugespielt haben. Sondern beim Kryptogeld hatte Roland Kandelhardt einen Vortrag gehalten und da hat diesen Vortrag mit einem ganz spannenden Gedicht begonnen, um, ich glaube, uns alle ein bisschen aufzurütteln und ein bisschen zu irritieren. Denn Kryptogeld ist ja ziemlich schwer zu fassen. Es ist schwer zu fassen. Es ist eine Software-Sache. Es gibt ja keine Gegenwerte. Es ist eine dezentrale Sache. Viele sagen, es ist Zockerei. Ich stehe dem auch sehr skeptisch gegenüber. Aber Roland hat einen sehr interessanten Vortrag gehalten, den provokantesten heute, der provokanteste Beitrag. Und er hat gesagt, dass der Ursprung von Bitcoin so war, dass dieses Geld, dieses virtuelle Geld nie ein Spielball der Eliten werden sollte, sondern für die Masse ist. Also für dich und für mich und für alle anderen. Der Gründer des Bitcoin, der Satoshi Nakamoto, muss ich ablesen, weiß ich auch leider nicht, der wollte der Bevölkerung Geld zurückgeben. Also Geld als demokratisches Mittel, nicht kontrolliert von einer zentralen EZB-Bank zum Beispiel oder kontrolliert von Regierungen, sondern eine völlig dezentrale, demokratische Sache. Das ist euer Gut, eure Erfindung. Das ist für euch, soll der Erfinder gesagt haben, beim Kreieren oder beim Sich-Ausdenken dieser Währung. Bitcoin ist ja nur eine digitale Währung. Es gibt, oder digitales Geld von Währung möchte ich eigentlich gar nicht sprechen, weil eine Währung ist ein anerkanntes Zahlungsmittel in einem Land. Das ist Kryptogeld, digitales Geld. Also Bitcoin ist ja nur eins. Es gibt über 2000 krypto, digitale Kryptogelder. Und um überhaupt Kryptogeld zu transferieren, benötigt man die Blockchain. Und die Blockchain ist wahrscheinlich der eigentlich Knackpunkt und das eigentlich Tolle an diesem Form des digitalen Geldes. Denn wie ist es ja heute? Heute gibt die Zentralbank das Geld aus. Und wenn wir irgendwo Geld hintransferieren wollen, dann benutzen wir eine Bank natürlich immer noch als Makler. Bei der Blockchain, mit der wir unser Kryptogeld irgendwo hintransferieren, zum Beispiel von dir zu mir, da benutzen, das machen ganz verschiedene Computer. Das ist nicht nur ein Computer, das ist der Computer bei dir zu Hause, bei mir zu Hause, bei vielen anderen Computern, bei vielen anderen Menschen zu Hause. Und da werden so kleine Päckchen von einem Computer zum anderen geschickt. Zum Beispiel, ich möchte dir was transferieren, dann geht das von meinem Computer zu dem Computer meines Bekannten, dann zu einem anderen Computer, noch ein Computer und dann ist das bei dir. Das heißt, immer in den Päckchen, die da verschickt werden, werden immer bestimmte Daten mitgesendet. Und man kann immer abrufen, wer denn wohin dieses Kryptogeld geschickt hat. Ich hoffe, ich sage das hier alles richtig, so habe ich das zumindest verstanden. Und es ist also eine dezentrale Abwicklung. Das ist einer der ganz, ganz großen Pluspunkte. Es ist eine Open-Source-Software, also jeder kann da mit dran programmieren, kann es verschicken. Es ist öffentlich einzusehen, jede Transaktion ist einzusehen. Es wird komplett verschlüsselt. Das Hacken in die Blockchain ist also sehr kompliziert. Und die Blockchain rechnet mit ganz, ganz großen Zahlen, sodass ein Rückverfolgen im Grunde kaum möglich ist, weil einfach so wahnsinnig viele Rechenvorgänge zu machen wären. Es ist ein demokratisches Zahlungsmittel, wenn es denn mal ein Zahlungsmittel wäre. Aber wenn das über diese vielen dezentralen Computer transferiert wird, Geld, und jeder im Grunde seinen Computer anschmeißen kann, um Kryptogeld zu transferieren von dir zu mir, ist es eine demokratische Sache, weil jeder sich entscheiden kann, ich mache damit oder ich mache nicht damit. Roland sagt, es ist ein archaisches digitales Geld. Das hat mir ganz gut gefallen, weil es sich einfach nicht an Regeln hält und sich auch nicht so wirklich zähmen lässt. Diese Blockchain-Technologie ist ja schon ganz klar, wenn viele dieses digitale Geld dann von einem zum anderen transferieren, das ist ja nur ein Punkt, das heißt, Banken könnten relativ bedeutungslos werden. Aber diese Form des Austausches von Informationen oder Weiterleiten von Informationen greift im Grunde unsere ganze Form des Wirtschaftens auch an oder könnte unsere Art zu wirtschaften, das Transferieren von Informationen und Währungen und Geldern tatsächlich revolutionieren. Vor diesem Sprung stehen wir, keiner weiß so richtig, wo es genau hingeht, das wird die Zukunft zeigen, aber als das erste Auto erfunden wurde, hat ja auch niemand geahnt, wo wir dann landen, dass wir irgendwann mal beim Elektrogetrieben in einem Auto landen. Also, es ist eine ganz neue Technologie, die tatsächlich uns eine Zukunft eröffnet. Und das ist, was Roland auch vor allen Dingen gesagt hat, Bitcoins oder Kryptogeld und die Blockchain eröffnet uns eine neue Zukunft. Es ist nicht in erster Linie eine Geldanlage, weil bestimmt einige von euch denken, ja, boah, Kryptogeld ist doch Zockerei. Also, es ist auf jeden Fall keine Geldanlage. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist vielleicht unsere Zukunft. Zukunft, das werden wir sehen. Und Roland sagt aber auch, also, wenn ihr in Krypto investieren wollt, dann bitte beschäftigt euch. Also, wenn ihr schon Probleme beim Online-Banking habt, dann lasst es lieber mit dem Krypto. Wenn ihr aber Online-Banking im Schlaf macht, dann könntet ihr euch damit beschäftigen, wenn euch das interessiert. Ihr braucht auf jeden Fall einen Computer. Ihr müsst wirklich wissen, wie das geht. Und es gibt auch keine Broker. Das heißt, ihr müsst es auch wirklich selber machen. Und das ist eine ziemlich hohe Hürde. Es gibt aber auch Austauschplattformen. Da hat er zwei genannt. Drei eigentlich. Aber ich sage euch mal zwei. Kraken.com ist eine. Und Bitstump.net. Da kann man sich einloggen, kann man sich seine Daten hinterlegen. Und kann Krypto-Geld kaufen. Bitcoin zum Beispiel. Ein sehr spannender Vortrag. Ich habe, ich finde die Blockchain-Technologie auch extrem interessant. Dieses dezentrale Verschicken von Informationen, Austausch von Dienstleistungen ist hochspannend. Was mit dem Krypto-Geld passiert, das werden wir sehen. Das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Aspekt, wenn es darum geht, das Bargeld abzuschaffen. Denn wenn das Bargeld abgeschafft wird und trotzdem das Geld in der Hoheit der, also zentral bleibt, zum Beispiel in der Hoheit der Europäischen Zentralbank oder der Zentralbanken oder beim Staat, hätte ich damit ein Problem. Denn Geld, was man nicht mehr irgendwo anonym abheben kann und zentralisiert ist, da ist der Manipulation und der Überwachung Tür und Tor geöffnet, Krypto-Geld könnte das aushebeln. Das werden wir sehen. Also ich werde mich mit Krypto-Geld ein bisschen mehr beschäftigen, aber nicht als Geldanlage in der Tat, sondern es verfolgen. Vor allen Dingen die Blockchain-Technologie verfolgen. Da werde ich mich ein bisschen reinlesen, weil ich das für wirklich sehr interessant halte, für sehr spannend. Auch wenn es ein kompliziertes Thema ist. Lest auch was dazu. Ich halte das wirklich für super spannend. Also, das war's. Ganz kurz. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich geschafft, nach dem ganzen Tag. Von halb neun bin ich unterwegs gewesen, bis jetzt um halb sieben. Hat viel Spaß gemacht. Es wird wahrscheinlich ein FinCamp 2000... Na, wahrscheinlich nicht. Aber es könnte ein FinCamp 2019 geben, sagen wir es so. Aus dem Publikum kam eine Frage, ob Albert und Henrik das vielleicht nächstes Jahr nochmal machen wollen. Wir werden sehen. Ich wäre auf jeden Fall gern dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Teilnehmer waren alle sehr offen. Wir haben viel nebenbei über Geld geredet. Ganz spezielle Fragen sind gekommen. Es hat viel Spaß gemacht. Und an euch, die bitte, seid nächstes Mal dabei. Solche Konferenzen machen. Viel Spaß. Ihr trefft hier Gleichgesinnte. Ich habe mit einigen Frauen gesprochen, die sich jetzt mehr mit Geld beschäftigen wollen. Einige, die auch schon investiert waren. Und es war ein schöner Austausch. Habt einen schönen Tag. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder bei Geldfrau. Tschüss. 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 Vielen Dank.